Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so ein Kupferrohr richtig löten bzw. weichlöten kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Hierfür möchte ich mal meinen 90 Grad Bogen auf ein Kupferrohr drauf löten und das Ganze mache ich mit einer Lötlampe und mit einem DVGW zugelassenen Lot. Wichtig ist, bei mir handelt es sich hier um eine Wasserleitung und um keine Gasleitung, denn mit Gas wird das Ganze hier nochmal anders anschauen und das Video ist leider nichts für dich. Zuerst einmal kürzen wir unser Rohr auf die entsprechende Länge mit einem Rohrabschneider. Wichtig dabei, man sollte sich Zeit lassen und nicht zu schnell immer das Ganze zudrehen, da sich sonst das Kupferrohr sehr leicht verbiegen würde. Wenn es dann ab ist, nehme ich mir mal noch einen Krater zur Hand und entgrate erst einmal hier innen drin alles schön und wenn es innen entgratet ist, dann natürlich auch noch auf der äußeren Seite. Das ist einfach wichtig, dass der Fitting später auch schön sauber hineinpasst. Als nächstes nehme ich mir mal ein spezielles Fleece zur Hand und hiermit muss ich jetzt einfach mal hier vorne, wo auch später der Fitting drauf kommt, das Rohr komplett reinigen. Bei mir reicht es auf jeden Fall, weswegen ich jetzt mal noch mein Fitting zur Hand nehme und auch hier das Innere von diesem einmal noch schön sauber bekomme. Die sauberen Stellen hier sollte ich übrigens anschließend nicht mehr anfassen und vor allem natürlich auch nicht mehr in den Dreck legen, nicht dass hier nochmal irgendwelche Verunreinigungen reinkommen. Falls du dein Kupferrohr übrigens in einen Schraubstock einsparen möchtest, was ich dir nur ans Herz legen kann, dann unbedingt darauf achten, dass du hier natürlich nicht zu sehr zusammendrückst, dass uns das Rohr auch Schaden nehmen könnte. Und vor allem sollte die Lötstelle auch einen bestimmten Abstand von diesem entfernt sein, da wenn ich hier jetzt dann später Hitze drauf gebe, dann könnte es nämlich Gefahr laufen, dass hier der Schraubstock einfach zu viel von dieser Hitze aufnimmt und meine Lötstelle hier vorne anschließend undicht wird. Bei mir passt es auf jeden Fall, weswegen ich jetzt mal mit einem kleinen Pinsel noch hier von meinem Flussmittel etwas nehme und schaue, dass ich einfach die Stelle bedecke, wo später auch der Fitting normalerweise darauf passen sollte. Und anschließend stecke ich meinen Fitting, also meinen Bogen hier drauf, richte ihn natürlich aus, wenn es sein muss und nehme noch ein sauberes Tuch zur Hand, um einfach hier das überschüssige Flussmittel noch schön zu entfernen. Jetzt wirklich mal noch etwas Lot ab und für den Anfang empfehle ich auf jeden Fall, das Ganze mal hier vorne hinzuhalten und ungefähr beim Rohrdurchmesser kann man nämlich jetzt so einen kleinen Knick reinmachen. Dadurch weiß man auch, wie viel Lot man ungefähr braucht. Nun mache ich mal meine Lötlampe an, erhitze die Stelle hier von allen Seiten gleichmäßig. Das ist einfach wichtig, dass die Temperatur auch überall schön gleichmäßig verteilt ist und jetzt entweder das Ganze so lange machen, bis das Flussmittel leichter silbrig wird oder ich probiere jetzt einfach, dass ich die Flamme wegnehme und immer mal wieder hier mein Lot hinhalte. Bei mir zum Beispiel verläuft es sich jetzt schon von alleine, das sollte auf jeden Fall passen und jetzt kann ich nämlich die Lötstelle mal etwas abkühlen lassen. Noch kurz zum Verständnis, würde ich meine Flamme jetzt immer nur auf einer Seite von meinem Fitting hier drauf brennen lassen oder ich gebe das Lot hinzu, wenn die Flamme genau auf das Lot scheint, dann habe ich einfach das Problem, dass die eine Seite wahrscheinlich schon heiß genug ist, aber die gegenüberliegende Seite noch nicht. Bedeutet einfach, das Ganze wird hier zwar schmelzen, aber auf der anderen Seite ist es noch nicht heiß genug und aus diesem Grund würde natürlich diese Verbindung anschließend undicht werden. Außerdem reicht es vollkommen aus, wenn ich mein Lot nur hier auf eine Stelle drauf gebe. Das hat einfach den Grund, da hier zwischen meinem Rohr und auch meinem Fitting so ein ganz dünner Spalt ist und dadurch ein sogenannter Kapillareffekt zum Einsatz kommt. Ähnlich wie bei einem Zeva zum Beispiel, dass Wasser aufsaugt. Bedeutet, das reicht aus, wenn ich hier das Lot hingebe und selbst wenn jetzt hier zum Beispiel noch ein weiterer Fitting oben drauf gesetzt wird, wo ich dann das Lot von unten hinzugeben müsste, wäre das auch kein Problem, da das Lot auch gegen die Schwerkraft nach oben gesaugt werden kann. Wenn es jetzt schon etwas abgekühlt und somit erstarrt ist, nehme ich mir mal noch einen feuchten Lappen zur Hand und hiermit kann ich jetzt nämlich die Lötstelle noch von Flussmittelrückständen reinigen. Und somit haben wir unser Kupferrohr jetzt auch schon richtig gelötet, was ich natürlich ganz am Ende auch noch auf Dichtheit überprüfen muss. Wenn du jetzt übrigens Flussmittel, eine Lötlampe oder auch so ein Lot hier zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir also eins für dieses Unternehmen zulegen möchtest, dann einfach mal hier unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.